Nein, rein in die Action, das passt schon. Er liegt noch, er liegt noch, er liegt noch. So, beitreten. Wo seid ihr noch unterwegs? Was ist denn das da? Oh mein Gott. Der Botzenbude da, hm? Mit mir ist ein Beschuss aus dem Rambazamba. Ach, Mann. Okay. Ich bin noch auf der anderen Seite drüber, ich komme jetzt schon langsam um. Ich komme eh richtig, wenn es da drüber ist. Ich komme eh richtig, wenn es da drüber ist. Okay. Ich bin noch ewig weit weg von dir. Ich bin noch ewig weit weg von dir, obwohl ich da in einem Geländischer herinnen bin. Ich bin noch auf der anderen Seite drüber. I don't know. Ich bin noch auf der anderen Seite drüber. Oh... Ich bin noch auf der anderen Seite. Die zwei Widerwichter unten, da oben ist der Sniper, gell, links von der Ngo, das Auto kommt eh genau zu mir, super, cool, so, kommen wir mal, die Stege, die kommen wir mal entgegen da, komm schon raus, ich stehe genau von ihm, wir macht raus, vielleicht kann man zwischen den Spalten, da war so ein 2mm Spalten beim Felsen, habe ich da durchschossen können, hi Peter, servus, die haben Lichtpaneele hier. Ähm, ich finde es auch wirklich cool, dass der LW, ich weiß nicht mehr, was ich sagen würde, scheiße, da muss ich mir so Sniper, irgendwo, warte mal, wo ist denn der? Ja, der ist da oben bei dem... Mal schauen, ob ich dazwischen, 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 kann man mal schauen, warte mal. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, du kannst durch Holz und Stahl auch durchschießen, teilweise. Das kann man. Da hat genau ein kleiner Spalt mitten durchgeschossen. Oh, jetzt kommt der Heli. Heli im Anflug. Du siehst ihn ganz sehr auf ihn, nicht? Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Da oben rein, da... Versteckt mich da mal. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarius werden sie vermessen. Da ist der Server mit der Gästeliste. Ah, den Server hab ich gefunden, da. Was ist denn jetzt? Warte mal, ich tue schon was markieren. Ich tue den Server geaktivieren, oder was ich immer da machen muss mit dem, gell? Jo. Oh, wer gesehen, wer gesehen, wer gesehen, wer gesehen. Geh rein in. Wo ist denn das jetzt da? Ah, drinnen ist er. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen und los. Starter Download. Konzentration. Oh, da werden wir sicher viel Munition brauchen, weil sonst ist es nicht da. Seien Sie... Uuuuh. Ah, wie ist das? Ich bin kein Auto werfen mit auf meiner G36. Ich hatte ihn, weil ich aber leider mal Waffe aufgeben müssen, weil ich keinen Munition mehr guckt hab. Okay. Ah, da kommt einer. Position verteidigen, die brauchen halt eigentlich die Helis in. Wenn wir da drinnen bleiben können, ist die Helis nicht gesandt. Da sollten aber nur keine Leute reinkommen. Du musst die Frage, ich weiß nicht, ob es kommt, weil... Dann ist die Helis einer. Oh, jetzt sieht er mich. Warte mal in Deckung, gell? Auf einmal gesichtet natürlich. Die Frage, ob ich mir einen Kronotwerfer erwische, einen Helis. Oh, da schießt der Sniper vom Helis raus. Ah, das ist die Sache. Wo ist denn der Helis? Ich schaue doch auf die Rückseite. Warte mal, vielleicht erwische ihn da. Ah, daneben. Ah, daneben. Ah, wieder daneben, verdammt. Einen Helis habe ich. Was hast du denn da drauf geschossen? Schieß mit allem, was ich habe. Unterzeiten oder auch. Was kotzen, beißen, spucken oder wie? Meine Seite ist sauber, alles paletti. Spucken reicht. 1 Minuten 23, genau. Gutes Spucken. Soll ich mir das einfach abschießen? Nein, da geht mir die Zeit weiter. Ja. 1 Minuten 15. Dann müssen wir die Zeit überlegen. Geh mir auf Zeit und dann brauchen wir Munition. Falsch. Warum? Ah, der Peter fragt, was wir vom Wildline halten. Das kann man sagen. Macht Spaß, oder? Ich bin sehr begeistert. Wirklich sehr begeistert. Weil die Welt ist riesengroß. Ja. Und... Schau mal auf die Karten. Es spielt auch schon so viel. Und trotzdem... Du hast zu wenig gesehen von der ganzen Gegend da. Du gehst endlich von meinem Snipergewehr in Süden unten. Ich muss mal schauen, was ich noch habe. Ich meine, da unten ist so Waffenkisten. Oben ist eigentlich eine Santa Blanca Ordnest da oben. Da laufe ich schön da oben. Ich war vorher schon mal dort einmal. In einer Mission. Und ich hab schon alles eingesammelt. Soll ich noch in Ruhe einsammeln. Ja. Aber hier unten ist da noch ein Ding, so ein... Da drüben gibt es ein Waffenteil und irgendwas. Sagt ihr mal, da ist das? Nein, da ist meine... Gäste, was zuschaut. Peter oder was? Peter, ja. Ich wollte es aber am Anfang auch nicht kaufen. Und... Peter, das ist jetzt ein neues Zeichen. Ja, das ist... Wir können los. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wer auf der Gästeliste ist. Ich weiß wirklich nicht, dass ich es gekauft habe. Ja, macht Spaß. Es ist schon... Sie finden das Rad nicht neu, aber es ist in Ordnung. Das ist eine Vollfälle, ja. Erfahrungspunkte hab ich gekriegt. Wunderbar. Die Mission ist abgeschlossen da. Ähm... Waffenkiste. Hast du noch was gefunden? Nein. Neue Waffen, nein. Warte, muss ich mal schauen. Weil ich hab... Neue Waffen, nein. Ich hab schon ewig nichts mehr gekriegt. Das muss ich mal schauen. Fertigkeitenpunkte hab ich... Oh, sechs Fertigkeitenpunkte. Wo hab ich denn die alle her... Wo hab ich denn die alle hergekriegt? Ähm... Ich möchte wissen, wo das ist, was du da hast mit diesen... Mit diesen... Mit diesen Markierungen, dass du das siehst, wo... Wo die... Gegner unterwegs sind. Ich glaub, dass es da Schwierigkeitsgrad ist. Kann das vielleicht sein? Ah... Ach so... Weil du im Noob-Modus spielst, oder wie? Was ist da los? Hehehehe. Ich glaub, ich spiel einfach nur in Normal... In Normal-Modus. Hehehehe. Ja. In Noob-Modus. Ich glaub, ich spiel in Normal-Modus. Ich glaub, das... So... Der Max sieht's auch. Okay. Ja, wenn du jetzt so weiche Eier hörst. So, pass auf. Was da noch ausgebildete Rebellen... Truppwiderstand... Ich seh jetzt, das hört mir alles sein. Die Mogmie aus... Stabiles Team... Verbessern... Kann ich gar nicht kaufen. Was ist denn da los? Kannst du ja kaufen. Ja, diesen... Stabilen Zielen Rang 3 kann ich gar nicht kaufen. Da brauche ich viel mehr... Äh... 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 Zwei Punkte... Da alles kaufen wir auch noch... Batterie... Passt. So... Also... Waffentechnik wollte ich mal schauen, weil... Ausrüstung... Neues... Neues habe ich da... Ändern... Neue Teile... Weil der Gesichter... Unterlauf... Der Radwerfer weh... Hau da rein... Seht echt gut... Ja... 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 Schau die Sonne... Wie es da wieder untergeht... Auf geht... Wah! Joach! Neue Teile... Schau... Könnt ihr eins abschießen? Ich weiß nicht... Ich habe keine Ahnung... Bist du das? Auf dem Schießt? Die auf mich oder was? Ja! Ich merke ihn nicht einmal! Was? Was ist eine Mission hast du denn vorher? So... Guck mal gehen, weil... Ich habe da... Ich bin nicht direkt! Hu! Ich muss halt das noch alles machen, ich hab da noch gar nichts, weil ich muss halt noch die Waffenteile suchen und so. Wir haben mit dem Heli, Juni. Dann machen wir das. Ich fliege. Oh, er fliegt ja. Was? Ja, ich kann das. Du siehst du, dass da unten mehr ist, Wasser, vieles Wasser. Hier komme ich eh nicht an, da sind noch 8 Meter bis daheim. Das sind Jammerlappen. Das ist ja geil, das Areal da. Ach, das mit dem Parkplatz, der Huch, das wirkt uns schon wieder. Ja, da müssen wir einen Typen ohne Aufmerksamkeit kriegen. Ja, das ist eh spannend, sowas mag eh gern. Bitte, perfekt gelandet, was sagst du jetzt? Ja, das habe ich leider jetzt nicht gesehen. Ich habe nicht geschaut. Genau. Ah, ich war nicht dabei, ich habe es nicht gesehen. Da kommt ein Heli, Achtung. Ah, da unten ist ja glaube ich mit der Drohne, die haben einen Drohnenstörer oder irgendwas, glaube ich, oder? Der war im Gebiet, genau. Da war der Warnlos, oder? Ich glaube da jetzt nicht. Das ist auch so eine Rampen, da gibt es sicher einen geheimen Erfolg oder irgendwas, oder so eine Sucht, wenn du die Rampen da drüber fährst. Da gibt es sicher irgendwas, hm? Oh, so Stunt-Geschichten wie ähnlich wie in GTA, oder wie? Ja, irgendwas willst du da sicher geben, aber warum bauenst du so Rampen her? Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpastrophe. Eigentlich wird sicher irgendwas geben. Ah, die Drohne ist da gestört. Die Drohne ist gestört, ok. Ja. Schau, mit dem Guckchen schaue ich gerade. Mit dem Guckchen? Guckchen einfach mit dem Fernglas. Ja, mit dem Fernglas, ja, ich bin ja auch gerade. Aber was wir auch noch machen können, ist die Rebellenunterstützung, ich vergiss ja aber. Warte mal, wo ist denn das da? Aufklärung. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. So, hier kommen unsere Feindpositionen. Ich glaube, ich hätte mir das von vorne angreifen sollen können. Wirst schon mal der Seite runtergehen. Drohne fliegt. Die Drohne tut's nicht, sie wird gestört. Naja, ähm. Lauf da vorne Parkplatz? Hier hat er mal gesagt. Hier sind zwei. Hier musst du ja beide schnappen da. Hier hat er mal gesagt. Und zwar, du schießt auf... Haben wir Guck? Ja. Habe im Visier. Ich schieß auf den hinteren da. Nein, den Kopf raushaltet. Ok. Eins. Drei. 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 Abschuss. Drei ist weg. Ah, da ist noch ein zweiter. Da ist noch ein zweiter leider. Wer versaut's wieder? Wer versaut's wieder? Ah, nix. Alles gut. Da ist noch einer da hinten. Pass auf. Richtung. Ja, du musst grad nachladen. 104 Meter. Wart hab ich. Ah, passt. Wunderbar. Da hinten läuft dann irgendwann. Dieser Zivilist. Ok. N-n-n-n. Schieß auf die Zivilisten, ja. Ok, ich komm jetzt gleich nicht rum. Ist ja eh nicht verwandt mit dir. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Was machst du nur eigentlich? Das Auto schießen. Wann könnte der Alarm nicht los? Wann könnte der Alarm nicht los? Exzultieren vorher noch, Alper? Warte, kurz. Du hör aufhören zum Schießen. Exzultieren. Oh, jetzt komm an's. Oh, er ist schon raus. Mit Helmin ist es noch nicht. Warte, ich lau noch nach. Ja. Also will ich hören das noch nicht. Magst du den da? Ich mach den hinten. Ja, bereit. Eins, zwei, drei. Tango getroffen. Oh, wir sind da. Alles ok. Alles ok. So. Den rechten mach ich da schnell. Oh, du rechst mich nicht da. Nein, das ist blöd. Er ist weg da bei mir. Ja, dann wollte ich auch gerade. Aber ist der da hinten nicht? Sieh der da jetzt? Ja, warte, ich schau. Ich rutsche gerade um mich. Oh, die sind unten. Die sind unten. Ah, die sind, genau. Die sind unten dabei. Ich muss halt da. Was heißt denn? Ein Auto fährt da unten nur. Ja, da redet er so laut. Ok, ich hätte immer gesagt, wir gehen immer schon langsam runter. Da. Du bist. Hier gib dir mal von der roben Deck kommen. Gehst du mir vor, oder? Hm? Nach der Hubschauer. Die kommt. Wo ist denn dieser Störsein? In diesem Jammer muss man noch deaktivieren auch keiner, oder? Ähm. Ähm. Wahrscheinlich irgendwo. Sieht aus, als wären wir richtig. Wir ballern hier rum, nur um die VIPs zu erschrecken und Karsita herzulocken. Jetzt musst du runterkommen zu mir. Wir müssen da jetzt entkämpfen. Ja. Oh, das ist ja gesch... Ich muss auch mal gesehen. Ich weiß... Oh, ich muss... Oh. Schalt einfach. Vergiss nicht. Untergeben. Stärker. Wollen wir schon mal schießen? Ah, da! Ah, jetzt bin ich gleich... Ah, falsche Waffen, falsche Waffen. Ich bin tot. Mist. Ich komme über den Parkplatz. Zwei Mann. Von meiner Richtung. Bleib unten, das ist ja wurscht. Ich spawnen eh wieder. Da hat es noch 30 Sekunden, oder? Nein, 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 nix. Nix. Ich habe nicht zurückgelassen. Nein, nein, nein. Jetzt auf einmal. Du brauchst mich wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ja, ist schon gut. Ah, eins auf Fehlgeschlagen. Fuck. Ja, sie haben sie 1 Rapid verlassen. Fuuuuck. Ja, das muss eh so sein. Das passt schon so. Das war jetzt taktisch ganz schlecht gelöst. Und mich hat es nicht gelegen. Ich habe mich bemüht. Da kannst du schon räuspern. Das ist schon gut. Jetzt kannst du... Ich habe es ja rausschiviert gerade. Ja, genau. Was sagt der? Spend der? Das ist ein Rolfplatz. Das ist ein Rolfplatz, oder was ist das da? Rolfplatz, ja. So was. Cool. Ist ja cool. Pass auf. Oh, der Wind sieht was. Achtung. Was? Sikario mit einer Maschinenpistole. Dicht beim Drohnenstörgerät. Dicht beim Drohnenstörgerät. Ja, hast du es gehört. Genau. Das werden wir jetzt einfach in die Luft gehen. Ach, das ist ja ein Monstergerät. Schau das an. Das ist ja kein Drohnenstörgerät. Das ist ja ein... Sie... Sie... Das ist ja ein Monstergerät. Ja, der ist unten. Ja, der ist unten. Warte, ich gehe weiter rechts um. Warte mal. Warte, ich gehe weiter rechts um. Warte, ich gehe weiter rechts um. Vielleicht kann ich... Von mir aus sehen. Muss der. Ja, ich sehe... Eines, Jürgen. Eines, Jürgen. Nein, eben noch einen. Markiert da. Abschluss bestätigt. Jetzt machst du ihn kaputt. Wenn... Ja... Teil werden wir jetzt ganz einfach... Einfach werden wir da setzen. Aus der C4, oder? Machen. Natürlich. Die Drohne fliegt schon, oder? Die Drohne fliegt. Jawohl. Die Drohne fliegt. Ah, hier ist die Drohne ausgeschaltet. Das ist ja erst mal verdruck, ja. Zwischen Drohne ausschalten und zu. so guter platz hat der rum eigentlich ich weiß nicht, wir sollten von drüben umgehen oder wir? nein, wir müssen da in die gebäude rein, vorne gleich direkt und dann kommen wir nach auf den gegnern, die müssen wir abschießen dann müssen wir aber zuerst das gebäude säubern, dass wir von hinten und keiner ich finde die zigarren so cool, die da ganz gemütlich raucht die habe ich leider nicht, ich habe nur die spezielle tische das habe ich über den ubi-club gekriegt, das glaube ich ich habe da extra reingeschaut die normale standard edition habe ich so? ja ich habe da heute reingeschaut aber nicht gesehen ich glaube wirklich, dass wir von der Strandseite kommen sollten oder da seitlich irgendwo auf, ich markiere es einmal bei dem da rein oder was da rüben eigentlich sollte man vorher einmal die zwei Leute abschießen, sonst kommen sie von beiden Seiten nicht? ich meine nicht, dass wir einfach seitlich reingegangen und von hinten dann alles aufräumen ja aber mir egal, ich gehe die hinterher ja ich habe heute gesehen, da gibt es einen Erfolg, mit 400 Metern musst du einen killen 150 Meter und das ist schon sehr klein, also da brauchst du eine andere Waffe auch ich wollte sagen, du brauchst eine andere Waffenmaschine, anders wie hier den mach ich was sie an? wem? Tango geht's offen Parkbus, rein da, nachher rum halt, die werden dich sehen zack, wirklich ist er schon gut das berechnen, was diese kugel auf Flugdauer hat und so ja, das schon, ja da sind so ein paar Leute am Parkbus, da sind Zivilisten da sind alles Zivilisten, wie wird es schon alle markiert? sicher alle, oder? da runter ok immer gleich runter müssen wir da hinten rum gehen, oder? müssen wir da rum gehen, oder? müssen wir da rum gehen, oder? tuch mal da ok da ist ein Weg runter, oder geht es runter? ok ich hätte einmal gesagt, wir gehen da außen, äh, geht eh nach außen ja, bei dem Tor rein und dann links, links um und einfach dann das ganze Gebäude aufräumen ja da vorne ist irgendwo ein Tor, da geht es rein wenn man dann da in der Mitte, wo die, wo die Metaanzahl steht, das ist der Parkplatz, wenn wir mit anderen hinkommen ja mach das los, eben ach so ja fängt das an, die Zeitlauf eben, da sind wir von links außen zuerst einmal aufräumen, ja ja da, da genauer gesagt, gehen wir einmal bis ganz nach hinten ja, genau ich sehe ich gerade nicht ob ich schon gedämpft bin, muss ich schauen und unterlaufen entfernen also ich hoffe, dass ich, genau, Karnat werfen immer drin ah, scheiße nein, scheiße nein, scheiße Zivilisten killt oder was? Ziel eliminiert pf pf weil ich mir gleich beim ersten Mal da offen hab pf 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 Der oben ist ja lang, oder? Da geht's rein. Ja, ist alleine. So, fang den Anzieher jetzt da. Was ist da? Da geht aber ein Aufwärtschirm. Oh, scheiße, da geht jetzt rauf. Scheiße. Kann ich ja durchschießen durch den Schirm? Nein, kann ich durchschießen. Wie bist denn du schon wieder? Hast du keinen Schwerdämpfer drauf auf der Waffen, kann das sein? Die kommen auf uns zu. Ah ja, ich hab keinen Schwerdämpfer drauf. Und er down. Okay. Jetzt haben wir mal aufgeräumt. Aber hinten ist ja eine Markierung, aber das ist weit weg, glaube ich. Ja, das ist eh weit weg dann. Eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, wenn du es durchst, kannst du nicht mehr abschießen. Na ja, ich schau mal da um. Wenn du so Backbotsen, dann geht es ja nicht zu. Dann kommen auch los. Ja, zuerst, wenn sie losgekommen sind, sind sie von der Duhmolle gekommen. Oh, geht schon los, oder? Gejagt steht da. Ja. Ja. Bei mir steht da, gejagt. Bei mir schon, aber weiß nicht warum. Der eine heißt jetzt irgendwo drinnen. Den sieg ich von da nicht. Sollen wir zusammenbleiben? Oder sollen wir es aufteilen? Was sollen wir da meinen? Also, ich war da in diesem kleinen Haus da drinnen. Da bin ich immer reingangen. Ja, pass auf. Dann machen wir es so. Da komme ich mit dir rein. Und ich versuche nach hinten. Nicht links und du rechts wegen sowas. Ich werde einfach nach hinten mit der Deckung geben, dass ich von hinten einer kommt, oder? Die Autos kommen schon. Oder kommen andere Kanadierfeine. Da sind Sicarius. Ein kleiner Schusswechsel und das Publikum ist weg. Du sagst es. Position halten. Liefert den VIPs eine gute Show. Von links. Da kommt der Auto. Weg. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Normalerweise läuft die Zeit ab. Wo ist die Zeit? Linksum läuft sie. Bei mir läuft die Zeit. 2.18. Bei mir nicht. Hast du den Auftrag vielleicht nicht angenommen? Kann das sein? Oh ja. Hab ich angenommen. Du stellst bei mir Werte Erkundung durch... Oder vielleicht dieser, weil du dich schon hast. Kann das sein, ja. Von hinten kommt eh keiner, oder? Ich schaue da gerade. Der steht nach unten, glaube ich. 1.50 habe ich. 1.50 habe ich. 1.50 habe ich. 1.50. 1.50. Das wird jetzt gar nicht. Der wird mit Reifen aufschießen. Hopperler vertraut. Hopperler vertraut. Und dann über die Granatwärter drin gehabt. Ganz insel gesprengt. Ui. Was hat sie denn da als zu rissen? Kettenreaktion. Das Auto, ja. 2 Minuten noch. Da kommt ja gar nichts her. Ah, überhaupt nichts. Eher stimmen von hinten? Oh, es wird wahrscheinlich Dings sein. Diese permanente Musik gibt mir schon am Zorger. Ein Radio, wenn du den findest, kannst du dann abschießen. Dann ist der Radio weg. Ach schon, aber da sind ja 100.000 Radios überall. Jupp. Also es passiert gar nichts. Da kommt nix. Und jetzt noch ein Radio. Was weiß ich. 28 Sekunden noch. Sehr komisch, dass hier nix kriert. Komischer. Ja. 8 Sekunden. Und erledigt. Erfolg habe ich bekommen. Das ist ja ja. Teamwork. Sie haben drei Einsätze mit einem anderen Spieler abgeschlossen. Okay. Ah, hab ich noch einen gekriegt. So, aber da unten ist ein Dings zum holen. Fähigkeiten, irgendwas. Das habe ich schon alles. Ich noch nicht. Dann wieder um den Gegner. Ist das sonst auch noch irgendwas? Ja. Das war's jetzt, oder wie? Das ist ja eigentlich recht simpel gewesen. Das war's jetzt, ja. Dann schauen wir was sonst noch. Oh, da gibt es Waffenteile. Moment. Da in der Markierung. Das ist ein Wiesentest. Das ist da drüben. Dann lauf ich noch schön rüber. Ich bin ja irgendwo bei der Tür hingegangen. 50 Gegner fahren. Badstot. Das war Fitnesscenter. Da haben wir wirklich ein paar Gegner, aufpassen. Wirklich? So sind wir jetzt gejagt? Ich weiß noch nicht warum. Ich höre irgendwas. Das ist eine Speisesäule. Ist aber leer. Ah, da, irgendwas. Du bist der Zivilist? Okay. Ach so, ein schöner Strand. Ja, sauberer gewesen. Wissen wir was? Schiehst du? Ja, durch die Bananenblätter habe ich mich durchgeschossen, oder ist er noch gewesen, glaube ich. Die Radios gibt sicher einen Erfolg, alle Radios zerstören, oder sowas. Ich habe jetzt nicht gesehen. Ich glaube da oben, wenn wir da rauf gehen, sind gleich zwei Gegner. Ja. Ich habe dir nichts mehr offen da, das ist eh alles zerledigt. Schauen wir, was gibt es denn sonst noch? Ähm... Viktor? Ja? Ich habe da einen. Wollen wir mal kurz reden, oder so? Ja, red einmal, erzähl mir was. Was ist das für einen? Den habe ich mir eingetreten, oder? Der ist mir zugelaufen, ja. Ja, zugrault ich war. Mei, brav. Wo war denn? Was ist denn für Gaude, sag einmal? Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe da, das liegt da. Aha. So, äh, dann schauen wir mal auf die Karte nochmal. Was haben wir denn da jetzt? Da bei Fragezeichen hier rüben? Das ist ja nicht gut, als wäre das hier der Nebeneinsatz. Starten Sie den Sender. Starten wir denn? Oh, da gibt es einen Hubschrauber, den gibt es da in dem Gebiet, wo wir waren. Sind wir da mit Hubschrauber oder was da meinen? Was willst du? Wie weit ist das weg? Wo ist denn die Markierung? Das ist Chef. 1,4 Kilometer. Ja, tun wir so einen Hubschrauber holen, der ist ja da drüben. Ist doch da im Park, wo wir gerade waren. Und er dudelt schon wieder. Los, Bursche, du hast keine Kondition, was schnauft denn denn so? Egal, kurz vor dem Ziel bleibt er wieder stehen. Ja, und bei mir ist ja klar, rauchen tut er mit seinen Zigarren. Ohne sogar Luft dort. Ich bin der Pilot. Da kann man gar nicht rauslehnen, gell? So schierst du doch eigentlich hinten sitzen, Sven. Auf geradeaus ist ein Heli 2. Fänger weg. Ja, dann haben wir da auch schon landen irgendwo, genau. Ja, natürlich bin ich im Wald da. Ich mach die Augen zu. Ja, das ist gescheiter. Wieso dreht die Kamera da jetzt nicht mit? Das ist für ein Schmerz. Das kotzt mich schon an, die Steirung da. Gelandet, kannst du auch steigen. Gelesen. So, und so, da geradeaus ist irgendwo was. Ich stelle mir die Schwierigkeiten um, da ist ja ein Witz. Soll ich da mal die Drohne rausziehen? Die Drohne ist oben. Zweites Ziel da drüben. Meine sind, die sind alle markiert. Ein nur zwei. Oh, ist da zwei. Achso, die ist da drüben, Gegner. Ja. Ja, da werden wir noch mal Minen legen. Ah, das ist jetzt der Tester, wo wir angegriffen werden müssen. Ups, warte, da bin ich gehängt kurz. Also das ist recht heftig. Ja, ich werde da mal ein paar Minen legen. Das ist halt auch noch nicht gemacht. Nieren legen. Bitte. Ja, ich leg hier drüben eine Minen. So, weil die kommen da auch irgendwo rein. Leg ich da eine her. Die Strasse ist einmal zu. So, warte mal. Gibt es eine Munitionskiste auch irgendwo? Ich leg da auch eine. Ja, da lege ich da eine her. Die kommen nämlich von da oben auch da. Okay. Ammunitionskisten ist da drinnen. Weiß ich. Da auch eine her, sicher selber. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Geht die Mine gegen Fuß gehen? Ich weiß ich gar nicht. Das ist auch noch nie probiert. Okay, ich mach da noch eine her. Weil es wurscht ist. Moment, ich leg eine Mine. Eine habe ich noch. So. Kann ich starten? Ja. Die Hilfe vielleicht runtergehen. Schwer kann ich nicht. Ja. Ich bekomme jetzt einmal ein Auto. Von... Kippen quasi. Also durch Richtung... Richtung... äh... Waffenkiste. Ich bin da... Achtung. Die kommt zu Fuß einer. Ach du Scheibenkleister. Und die ist geschreckt. So. Oh mein Gott. Das hat mich geschreckt. So. Was ist denn passiert? Weil da... weil da... weil da... weil du... Jetzt werde ich dazu als auch gekommen sein. Ja. Weil da bei der Tür rum. Das kommen schon wieder keine Leute. Doch. Ja. Weil du da so im... im... im Babyhudel spielst wahrscheinlich. Wie? Also... Ich bin da fast gestorben. Letztens. Jetzt kommt was. Warum arbeitet ihr täglich auf den Cockerfeldern? Damit es an der Blanka euch erniedrigen... Und der Blanka greift... Oh weiss, wir machen. Gäß auf. Ähhh... Eintritt sagt weniger. Hat die Rebellen angerufen. Wie tut sie da was, glaube ich? Weißt du was? Ja, der ist tot. 30 Sekunden nicht mehr. Schaut, dass man die Mühle nicht mehr aufheben kann. Sobald du auf die Waffenkiste hingehst, glaubst du wieder voll, oder? Trotzdem, wenn man es weg tun kann, dann vielleicht wieder Frühschwarn hinlegen oder so. Ist da auch ein Heli, oder? Nein, Heli höre ich nicht. Oder? Vielleicht ganz, ganz weit weg, irgendwas. Bitte. Ja, ist ja cool, da habe ich jetzt... Ja, genau, aufgewertet. Gut. So, was habe ich jetzt noch? Da gibt es gleich drüben Waffenteile drüben. Klar, ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Bootpark. 200 Meter. Wir sollten ernten, was wir sehen. Viva Bolivia! Viva la Revolucion! Da kommt er, ja! Der Schwedenpfeiler drüben. Oh, Kontakt! Oh, verdammt. Wer ist da? Ich muss auch nicht sein. Robin? Tango ist tot. Im Recht fein beraten. Punkt haben wir noch einer von da. Robin? Ich kriege alles nicht mit. Da kommen wir auf alle Fälle jetzt ins Feindgebiet rein. Ich kann niemanden erschrecken. Ja. Ich sehe dabei nichts, aber schon langsam kommen wir uns. So, ich setze mich da mal hin, starte mal die Garantone. Ja, du stehst da zwar, aber passt eh. Dann habe ich mit Max gespielt. Ja. Was findest du? Und haben in die Häuser teilweise die Leute die Feinde geschlafen. Echt? War cool. Ja, ich habe vorher auch noch nie gesehen gehabt. Okay. Viele, viele, viele Leute. Oh, irgendwas sieht man da. Oh, da drüben. Doch in einem Volk, wo wir mit der Drohne einen killen müssen, gell? Ja, es gibt auch noch Waffen oder irgendwas für die Drohne, glaube ich, oder? Ja. Irgend so was gibt es, glaube ich. Ich sehe eine montierte Waffe. So? Irgend so so... Ach, da musst du umfliegen oder so. Oder reinfliegen. Ich glaube schon. Du kannst ja die Drohne irgendwie upgraden und ich glaube da kann man irgendwas mit... Ja, weiß auch nicht. Lärm, glaube ich. Ich habe irgendwas gesehen. Ja, Lärm, genau. Und... Was sind... Ah, da komme ich nicht hin. Oh mein Gott, wie viele sind denn das da? Ja, da sind noch ein paar. Ich habe heute leider nicht alle erwischt. Nicht so auf. Wie bist denn du? Wie bist denn da untergekommen? Die sind zwei hinter, gell? Weißt du das nicht? Ja, die sind unten dabei. Da oben bist du. Oh, du bist da oben noch. Du bist schon unten. Nein, nein. Pass auf, oben am Balkon. Komm dann raus. Ah, da geht die hintere. Weiten See leider nicht. Sonst hätte ich in den Zweiten geschossen. Ah, der noch unten sehe ich. Ah, der noch unten. Warte mal. Ah, der noch unten sehe ich. Was denn siehst du? Markier den, dass du siehst. Den sehe ich jetzt. Ja, ich sehe einen anderen. Passt. Okay, eins, zwei, drei. Weg. Jawohl. Perfetto. Das sind Rebellen. Das ist schlecht, wenn wir Rebellen sind. Weil die fangen immer gleich zum Schießen an. Echt? Okay. Hast du dich angefordert? Ja, aber zuerst schon. Bei der anderen Mission. Wir folgen dir. Dann rechts, rechts. Da kommt einer runter. Oh. Oh. Das habe ich gesehen. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Oh, links, links, links von uns. Jawohl. Dann rechts. Bass du dir. Ich hab euch auf den Gang. Oh was ich? Ich hab euch auf den Teufeln. Ich hab euch mal raus. Das ist ein Sniper. 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 Müssen wir nachfahren, der Leutnant. Können wir auch nachfahren. Oh, was ist denn das? Scheiße, so ein Rebindot. Fuck! Lass mich liegen, lass mich liegen. Verfolg den Leutnant. Ah, scheiße, scheiße, ich bin jetzt bald. Es wird voll schein gestiegen. Es ist schon wieder voll schein gestiegen. Es gibt es ja wohl nicht. Nein, das Auto ist ja nicht. Keine da ist denn das Auto? Das will ich jetzt gerne sehen. Wo ist denn der? Einfach nachfahren. Normalerweise ist ja eine Markierung, oder? Ich komme in einen Punkt, aber weiß nicht, wo der hin ist. Wie sieht man so schlecht? Wo ist denn der? Keine Ahnung. Die Art der sehen leider nicht. Ist ja auch nicht. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich komme wieder zu dir. Ich habe nur vier Sekunden. Das geht ja wahrscheinlich nicht genau aus, oder? Ja, null. Ob die... Ach so, auch wenn die Zeit abgelaufen ist, kannst du mich trotzdem wieder überleben. Ah, verstehe. Oh, wir kommen allein, Siegel! Wenn. Oh mein Gott. Ich hole mir jetzt mal die Waffenteile da. Ah nein, neue Waffe gibt es da. Oh, neue Waffe. Cool. Ah, kann ich gebrauchen. Sturmgewehr SR3M. Das probieren wir gleich aus. Auswählen. So, SR3M wunderbar. Ja, mit der schieße ich auch. Die ist sehr gut, muss ich sagen. Die hat eine gute Art nach. Mal schauen, was die Visiere sind. Panoramavisier. Was haben wir jetzt da? Magazin. Oh, erweitert das Magazin. Jawohl. 30 Schuss. Unterlauf. GPL Granatwürfer. Langer Lauf. Wunderbar. Schallämpfer drauf. Jawohl. Wunderbar. Ideal. Zufällige Farbe. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gute Waffe, ja. Ich muss nur bei einigen Visieren, auch die den Rotpunkten, den Red Dot verändern können. Nein, die ist nicht. Nicht bei den Scharfschützengewehren, sondern bei den Sturmgewehren. Okay. Ich muss nur sehen, dass ich die Farbe ändern kann von den einzelnen Sachen. So, neue Waffe prüren wir aus. Passt. Jetzt ist der Typ weg. Was ist eigentlich mit dem Typ? Wenn man den Typ verliert, was kriegt man bei dem Typen? Was kriegt man da? Das ist ein Verhör wahrscheinlich. So eine Verhörgeschichte, ja. Wo die Sachen dann sind. Okay. Muss ich auch anders machen. So, was sagt die Karte? Warte mal, da gibt es irgendwelche Informationen. Da drüben. Hingsleer-Datei. Die Gegend ist schon sehr authentisch. Da kommst du schon vor, wenn du im Urlaub bist. So auf die Art. So mit den Brunnen und so. Und im Süd ist es so genial, Viktor. Das ist wirklich ur-cool. Nur Berge und teilweise auch oben über den Schnee, wenn es weiter oben ist. Das haben sie auch sehr gut gemacht. Da werden sicher Gegner sein, oder? Hat ja vor dem Moment die Drohne nicht mehr los. Ja, seit zwei drei ist nix. Nix, oder was? Zufahrt? Gut. Ah, Dokument habe. Passt. Du schaust da krimig aus. So, jetzt schauen wir was ist da sonst noch. Da habe ich jetzt dann eigentlich... Die Minen sind in der Karte neu zeichnet, die wir gelegt haben. Da habe ich einen unbekannten Ort noch. Da habe ich sonst eigentlich nix. Außer da gibt es so einen Nebeneinsatz, so einen Transport. Ja, steigen wir da hin, hätte ich gesagt. Das ist ein unbekannte Ort. Gut, das ist nicht so wichtig eigentlich. Ich meine, wir konnten auch... Wir konnten auch zu dieser Zubehörkiste umfliegen. War da jetzt eben nur eine Hele? Hast du das in den Kopf? Nein, ist irgendwo auf der Karte und die Markierung geschwind. Das ist eine Hele. Oh, ich kann mit dem Auto herumfahren, wenn du mit dem Auto bist. Ja. Da sitzen wir hinten rein. Ich sehe jetzt zwar nur die Markierung, aber keinen Weg, gell? Ach so, ja. Jetzt rechts abbiegen, ja. Du kannst nicht gegen die Kisten fahren, da kannst du noch rechts abbiegen auf der Straße, gell? Ja, wunderbar. Ja. Ja, da steht ein ganzer dicker Heli. Dankeschön fürs Mitnehmen. Ja. Nichts. Ich mag das, wo wir hin müssen. Nein, warte, warte. Nein, warte, warte, warte. Kann ich da ansteigen nochmal? Sagt die Gatlings? Einsteigen. Natürlich. Natürlich! Ich mach das, ich fliege! Im Prinzip kriegst du die Baum auf die Seite, jawohl! Wenn du nahe über das Wasser fliegst, ist schon gar nicht so schlecht! Jawohl, kannst du es haben! Ah, ist lässig, cool! War keine Freunde, oder was? Weil das ist ein Stützpunkt! So, da! Moment, ich komm gleich! Jo! So, was habe ich bekommen? Äh... Oh, ja! Fertigkeiten! Fünf Fertigkeitenpunkte! Noch zwei Punkte... Schusswiderstand... ... 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